Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal wieder mein iPhone 15 Pro Max liegen und in diesem Video geht es einmal um Privacy Glasses. Ja, ich habe hier zwei Stück davon gekauft, von den Bewertungen her und auch meiner Meinung nach sind das eigentlich die besten auf dem Markt. Wir haben einmal ein kleines und wir haben einmal ein großes Panzerglas und ja, in diesem Video werden wir jetzt mal herausfinden, wie gut diese Gläser sind, für wen die geeignet sind und ob sie sich überhaupt lohnen. So, viel Spaß mit dem Video. So, wir starten mit dem ersten Panzerglas und das kommt von Bangs. Das habe ich mir gekauft auf Amazon für 17,99 für zwei Stück. Falls ihr irgendwas von diesen Panzergläsern kaufen wollt und in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Blog, dort stehen auch nochmal alle Vor- und Nachteile und dort gibt es auch den Link zu Amazon, wo ich mir das Ganze gekauft habe und dort habe ich das auch nochmal aufgelistet nach iPhone 15 bis iPhone 15 Pro Max, damit ihr nicht das Falsche kauft. So, packen wir das mal aus. So, ich klebe das Ganze drauf und dann kommen wir zu den Vor- und Nachteilen zu sprechen. Hier ist das Panzerglas einmal, so schaut das aus. Wir haben auch alles dabei, was wir zur Montage benötigen. Ich packe hier mal mein Tuch drunter. So, so, das Ganze ist montiert. Wie ihr gesehen habt, geht das sehr schnell und auch einfach. So, wir haben hier eine große Luftblase drin, wie ihr sehen könnt. Die schieben wir jetzt mal zur Seite raus. So, und das war es auch schon. Ich habe hier einen kleinen Staub-Einschluss drin. Das ist aber mein Fehler, das liegt nicht am Panzerglas. Ist ja auch nicht schlimm, wir machen es ja eh gleich wieder ab für das nächste Panzerglas. So, kommen wir zu den Vorteilen. Wir haben hier einen sehr guten Sichtschutz, den zeige ich euch mal. Ich mache mal das Display hell. Das ist schon fast hell. Also wirklich ab hier sieht man schon gar nichts mehr. Ist bei dem anderen Panzerglas übrigens genauso. Ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich Unterschiede zwischen den ganzen Gläsern. Bei diesem Panzerglas wird die ganze Front bedeckt. Das hat einen schwarzen Rahmen. Das geht richtig schön bis zum Rand hin. Die Frontkamera, die ist zwar ausgespart, aber es ist einfach nur kein Sichtschutz hier drin. Das heißt, hier ist kein Unterschied, wenn wir mit dem Finger rüberfahren. Es ist alles geschützt. Das ist sehr gut. Die Montage funktioniert sehr einfach mit diesem Rahmen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich finde, das Ganze ist auch kaum sichtbar, wenn man mal schaut. Nächster Vorteil. Touch. Natürlich funktioniert. Und Face ID, ich mache es mal eben an der Kamera dran vorbei. So, ich muss mal eben meinen Code eingeben, weil ich da gerade schon zu oft drauf getippt habe. So, wir haben es an der Seite vorbeigemacht. Das ist entsperrt. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Also da gibt es keine Probleme mit. Und nächster Vorteil. Ihr könnt hier fast alle Hüllen verwenden. Hier habe ich auch noch ein paar Luftblasen. Die kann ich gleich nochmal eben raus machen. Allerdings nicht ganz so dicke Hüllen, die hier wirklich zu sehr über das Display rüber gehen. Dann könnte es sein, dass euch das Panzerglas wieder hochgedrückt wird. Aber so die normalen Hüllen, die könnt ihr alle benutzen. Ja, kommen wir zum letzten Vorteil. Und das ist das Zubehör. Hier ist wirklich alles mit bei, was man benötigt. Zur leichten Montage. So, kommen wir zu den Nachteilen. Das Display wird sehr dunkel. Und das seht ihr auch. Also in echt sieht man es viel besser als durch die Kamera. Durch die Kamera ist es nochmal schlechter. Also seid nicht verwundert. Ja, es wird aber auf jeden Fall sehr viel dunkler. Also ihr müsst wirklich eure Displayhelligkeit komplett nach oben stellen, damit ihr auch bei Tageslicht oder bei Sonneneinstrahlung wirklich was sehen könnt. Die Qualität des Displays wird auch beeinträchtigt. Gerade wenn man so kleine Sachen lesen möchte auf irgendwelchen Websites. Da muss man schon sehr genau hinschauen, weil das Display so ein bisschen verpixelt wird, kann man sagen. Der letzte Nachteil von solchen Panzergläsern mit diesem schwarzen Rahmen ist, wenn ihr das mal irgendwann abmacht. Wahrscheinlich haben das schon einige von euch gemerkt. Dann habt ihr hier wirklich drumherum, habt ihr Staub und Schmutz darunter. Ist natürlich nicht so schön. Ja, das war das erste Panzerglas von Banks. Kommen wir mal zum zweiten von Spigen. So, da wären wir beim zweiten Panzerglas. Ich habe jetzt auch nochmal mein Hintergrundbild geändert, damit ihr seht, oder beziehungsweise damit ihr das alles ein bisschen besser seht und nicht diesen schwarzen Hintergrund habt, wo man dann gar nichts mehr sieht. So, packen wir das mal aus. So, hier haben wir ein anderes System. Zubehör haben wir auch alles mit dabei. Wahrscheinlich kennen das viele von euch schon. Ich zeige euch das jetzt mal im Schnelldurchlauf, wie man das Ganze drauf macht. Aber erstmal mache ich natürlich das Display sauber. Ich mache es jetzt auch nicht perfekt sauber, weil ich es sowieso gleich wieder abmache. Aber ihr bitte zu Hause macht es mit all den Zubehör sauber. Und jetzt darf das einfach mal aus. Auch da war ich auch nicht. Jetzt geht es einfach mal. Und jetzt kann ich das mal ver caregivers. Und jetzt kann ich ja auch nicht. so wir drücken einfach hier in der mitte drauf nennt sich das panzerglas fest 30 sekunden soll man warten damit sich das auch überall schön festgezogen hat und danach sieht man einfach diese folie hier ab so und dann können wir auch schon dieses plastik teil hier abnehmen hier ist noch eine trägerfolie drauf und wie man sehen kann klebt es perfekt bis auf eine luftblase hier die ich jetzt mal eben raus streiche so das war's auch schon wie gesagt auf amazon kostet das 22 99 für zwei stück auch hier mit den gleichen sichtschutz wenn man von vorne drauf guckt sieht man alles sobald man das ganze ein bisschen zur seite dreht sieht man nichts mehr also das gleiche wie auch bei den banks panzerglas gerade ja kommen wir zum zweiten vorteil und das ist auch hier wieder die frontkamera die wird nicht einfach komplett ausgespart sondern hier haben wir einfach kein sichtschutz drin der nächste vorteil die montage ist natürlich sehr einfach mit diesem tool hier touch und face die funktionieren auch hier problem ist ich mach mal kurz an der kamera vorbei so das hat funktioniert ich hoffe ihr seht das an der kamera hier habe ich noch einen kleinen lufteinschluss so der ist auch weg das panzerglas ist ein bisschen kleiner wie das von banks gerade das heißt ihr könnt hier auch diese richtig dicken höhen nehmen die hier richtig über den rand rüber gehen und auch hier haben wir alles an zubehör dabei was wir benötigen ja kommen wir mal zu den nachteilen natürlich auch hier wird das display wieder extrem dunkel ich habe volle display helligkeit eingestellt und trotzdem sieht man jetzt nicht so viel also an der kamera vorbei ist es noch mal besser als durch die kamera aber wie gesagt bei viel sonneneinstrahlung werdet ihr da wirklich probleme mitbekommen der zweite nachteil die qualität des displays wird auch hier eingeschränkt es ist wieder so ein bisschen verpixelt alles bei dem panzerglas wird nur das display bedeckt also ihr habt hier wirklich einen dickeren rahmen zwischen wenn ihr das seht in der kamera also nur das display wird bedeckt und nicht der rahmen hier wird nicht mehr abgedeckt beim ersten mal hatte ich wirklich viele luftblasen drunter die ich auch gar nicht mehr weggekriegt habe beim zweiten mal hat das deutlich besser funktioniert wir haben hier nur zwei stück gehabt und die sind auch schon weg und der letzte nachteil den ich finde das ist diese aussparung hier bei der dynamic island die ist mir ein bisschen zu groß das von banks hat mir gerade besser gefallen wo wirklich nur die frontkamera ausgespart war das auch ein bisschen harmonischer aus und hier sieht das nicht so schön aus weil die dynamic island sich ja auch ständig von der größe her anpasst und dann sieht das ein bisschen blöd aus ja das war das zweite panzerglas von spiegen kommen wir mal zum fazit welches finde ich besser ich finde ganz klar eigentlich das von banks besser weil das ist größer und auch die kamera aussparung hier oben finde ich besser gelöst es sieht einfach harmonischer aus und es ist auch günstiger aber ihr müsst natürlich am schluss selbst entscheiden welches das beste für euch ist und falls ihr das kaufen wollt wie gesagt unten in der video beschreibung ist der link zu meinem blog einfach draufklicken sieht noch mal alle vor und nachteile und dort findet ihr auch den link zu amazon wo ich mir das ganze gekauft habe ja das war es auch schon mit dem kleinen test für die privacy gläser und ich würde mal sagen falls ihr solche videos in zukunft nicht mehr verpassen wollt solltet ihr auf jeden fall abonnent werden lassen daumen hoch da würde mich riesig freuen und ich sage wie immer bis zum nächsten video